In diesem Videotutorium erklären wir, welche Arten von Metadaten es gibt. Wir erklären auch, welche Schemata zur Beschreibung von Daten verwendet werden. Bei der Beschreibung von Forschungsdaten, das heißt bei der Verwendung deskriptiver Metadaten, unterscheidet man grundsätzlich zwischen fachübergreifenden und fachspezifischen Metadaten. Fachübergreifende oder generische Metadaten beziehen sich auf Informationen, die alle Forschungsdaten unabhängig von der ihnen zugrunde liegenden Disziplin besitzen sollten. Hierzu gehören zum Beispiel Angaben zum Titel, Autor oder Erscheinungsjahr. Jeder Datensatz verfügt über solche allgemeinen Informationen, egal ob aus dem Geistes, den Naturwissenschaften oder der Medizin. Fachspezifische Metadaten orientieren sich dagegen an den jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen Fächer. So kann es in einem musikwissenschaftlichen Datenbestand für den Nutzer von Interesse sein, alle Personen mit dem Merkmal Komponist in einem bestimmten historischen Zeitraum ausfindig zu machen. Um Forschungsdaten möglichst strukturiert und einheitlich beschreiben zu können, wurden und werden zahlreiche Metadatenschemata geschaffen. Metadatenschemata bieten ein standardisiertes Verfahren zur einheitlichen Beschreibung von Forschungsdaten an. Es empfiehlt sich, etablierte und in der eigenen Fachcommunity verbreitete Metadatenschemata zu verwenden. Dadurch wird die Anschlussfähigkeit der Daten gewährleistet und ihre Auffindbarkeit erhöht. Die bekanntesten Vertreter der fachübergreifenden Metadatenschemata werden von den gleichnamigen Konsortien Dublin Core und Datasite angeboten. Beispiele für fachspezifische Metadatenschemata sind SIDOC, CRM oder das Europeaner Data Model. Diese Schemata eignen sich zur inhaltlichen Erschließung von Kulturdaten. Es ist empfehlenswert, bei der Beschreibung von Daten fachspezifische und fachübergreifende Schemata miteinander zu kombinieren. Dadurch ergeben sich Sucheinstiege und wissenschaftliche Anknüpfungspunkte für verschiedene Zielgruppen. Wie die Daten mithilfe eines Metadatenschemas beschrieben werden und was dabei zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Videotutorium. Vielen Dank fürs Zuschauen!